Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 von Anflugung F2 nach Friedrichstadt, AFA 6.51 Uhr, von Gleif 2, RB 13, nach Ellbangen, AFA 6.52 Uhr, von Gleif 7, RE, nach Hügelen, Hauptbahnhof, über Schlockingen, AFA 6.56 Uhr, von Gleif 4.61 Uhr, Kirstein, über Stuttgart, Nikapath, AFA 6.59 Uhr, von Gleif 3, direkt gegenüber, und RE 90, nach Nürnberg, Hauptbahnhof, AFA 17.01 Uhr, von Gleif 7, Gleif 2, Einfahrt, F2 nach Filderstadt, über Stuttgart, Lukasen, Messe, AFA 16.51 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt, Gleif 3, Einfahrt, F3 nach Backnang, über Weiblingen, AFA 16.49 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt, Gleif 3, AFA 16.51 Uhr, von Gleif 4, S1, nach Kirstein, AFA 16.59 Uhr, von Gleif 3, S1, nach Hügelenberg, AFA 17.01, von Gleif 2, direkt gegenüber, Gleif 4, S2 nach Gleif 4, S2, N Healtht, über Gleif 3, S3, aktiverские Figuren, D8, S3, von Gleif 3, S1, nach Saundorf, AFA 17.59 Uhr, von Gleif 3, S3,8, S2, S3, S3, Việt 3, S3, 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 S2, S3, S1, S3, S2, S3, S3, S1, S3, S3, S2, S3, S4, S0, S3, S4, S3, S3, S1, S3, 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 S2, S3, 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 S4, S3, S3, S4, S3, 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 S Von Gleis 4, S1 nach Kirchheim, Abfahrt 16.59 Uhr, von Gleis 3, direkt gegenüber, RE90 nach Nürnberg, Hauptbahnhof, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 7, S1 nach Herrenberg, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 2, und S3 nach Stuttgart, Lukas, Messe, Abfahrt 17.11 Uhr, von Gleis 2. Gleis 7, S1 nach Gleis, S1 nach Gleis, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 3, S3 nach Stuttgart, Lukas, Messe, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 2, und S3 nach Bachmann, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 3, Gleis 7, S1 nach Gleis, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 4, und S3 nach Gleis, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 3, S2 nach Gleis, Abfahrt 17.01 Uhr, Gleis 13, S3 nach Elbangen, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 7, und RE nach Tübingen, Hauptbahnhof, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 4.01 Uhr, Gleis 13, S3 nach Gleis, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 4, und S3 nach Gleis, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 3, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 4, und S1 nach Kirchheim, Abfahrt 17.01 Uhr, von Gleis 3, direkt gegenüber. Gleis 4, und S3 nach Gleis, Abfahrt 17.01 Uhr, von 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 Gleis, Metapark, Abfahrt 17.29 Uhr von Leif 3 und RG19 nach Rheinheim über 2. Abfahrt 17.30 Uhr von Leif 7. Ihre nächsten Anschlüsse S1 nach Kirchheim über Stuttgart. Metapark, Abfahrt 17.29 Uhr von Leif 3 direkt gegenüber. RB19 nach Kralheim über Weiblingen, Abfahrt 17.30 Uhr von Leif 7. S1 nach Herrenberg über Stuttgart Hauptbahnhof, Abfahrt 17.31 Uhr von Leif 2. RB16 nach Geislingen über Blochingen, Abfahrt 17.33 Uhr von Leif 8. und RE nach Stuttgart Hauptbahnhof, Abfahrt 17.33 Uhr von Leif 1. Leif 2.1 S1 nach Herrenberg über Stuttgart Hauptbahnhof, Abfahrt 17.31 Uhr von Leif 1. Leif 2.1 S1 nach Herrenberg über Stuttgart, Abfahrt 17.31 Uhr von Leif 1.